Mit zweiten Spitzen Einzel, Marco Nürnberg, gegen Jochen Stüge, SV Meierhoff. Zähnrichter ist Harald Baumgärtner. 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 Ja! Ja! Es war bei ihm auch noch! Das war mal der Grund! Die sollte nicht sein. Er ist richtig. Das war der Grund! Ich muss weiter die Grund! Ich bin der Grund! Schöne, schon gehört! Applaus 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 Vielen Dank. Vielen Dank.